Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie jetzt die Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben. Das tut gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ach, das tut schon mal gut, so dieser erste Rauskummer ist geschafft. Sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Rede, die ich mir aufgeschrieben habe für heute Abend, die würde ich jetzt folgendermaßen lauten. Ja, das ist nun das dritte Mal, dass Bruno Gans und ich hier vor Ihnen stehen. Bruno Gans steht nicht neben mir. Bruno Gans ist krank. Und wir hatten bis heute Nachmittag gehofft, dass er doch noch kommen würde. Aber es geht ihm nicht so gut, dass er das Bett verlassen konnte. Also ich denke, von dieser Stelle aus können wir alle ihm gute Besserung wünschen. Applaus Ich stehe jetzt ein bisschen wackelig, gebe ich zu, weil er fehlt mir. Er fehlt mir dieser wunderbare, ruhige Kollege, der mich dann einfach in den Arm genommen hat, kurz vor dem Auftritt und gesagt hat, das schaffen wir. Aber gut, ich finde, wir gehen es jetzt mal gemeinsam an, oder? Ja, das ist jetzt also, ja, ich schaffe das. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier heute das erste Mal alleine stehe und so etwas wie eine kurze wie eine kleine Bilanz des Filmjahres 2011 aus Sicht der Deutschen Filmakademie ziehen möchte. Aber selbst in dieser noch verhältnismäßig kurzen Zeitspanne der Amtszeit von Bruno und mir haben wir festgestellt und wir haben gelernt, dass kein Jahr mit dem anderen vergleichbar ist. Es fängt alles, wie beim Film, immer bei Null an. Vielleicht kann man jedoch sagen, dass wir jetzt im neunten Jahr der Gründung der Deutschen Filmakademie öffentlicher geworden sind, noch selbstbewusster, kritischer und auch unsere Aktivitäten sind gewachsen, wie auch unsere Haltung. Es gibt ein paar Beispiele, die ich hier ganz gerne nennen möchte, vielleicht gar nicht mal nur zur Information, vielleicht ist es ja vielleicht auch eine Idee für jemanden, sich selber einzubringen. Da ist unser Wissensportal 24.de, das sich für die Filmbildung in Schulen einsetzt. Wir brauchen so früh wie möglich einen Zugang zur Filmkultur. Aus der Akademie entstanden sind die Filmmakers in prison. Vernetzt mit Menschenrechtsorganisationen ist es eine direkte Anlaufstelle für Filmemacher aus aller Welt. Filmemacher, die politischen Repressalien ausgesetzt sind, wie Arbeitsverbot, Erniedrigung bis hin zu Gefängnisstrafen. Wir wissen natürlich auch um die heikle und dringende Debatte zum Schutz geistigen Eigentums und wir sehen auch da unseren Einfluss. Es wird noch ein langer und es wird ein mühsamer Kampf und es ist wirklich sehr schön, Herr Staatsminister Neumann, dass bei dieser zu erwarteten Arbeit und Auseinandersetzung Sie sich als Anwalt der Kreativen positioniert haben. Vielen Dank dafür. Die Novelle des Filmförderungsgesetzes kann niemandem von uns gleichgültig sein. Okay, vielleicht bis auf Klaus Lemke. Und auch da heißt es, präsent zu sein in der Akademie. Das sind jetzt mal die großen Baustellen, die wir in unseren eher kleinen Büros so angehen und an dieser Stelle auch wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Vorstand, Thomas Kufus, an die Geschäftsführung Anne Lepin und Alfred Hohlichhaus und all die helfenden Engel und Bengel, ohne die überhaupt nichts vorwärts ginge. Ja und dann geht es jedes Jahr natürlich vor allem um die Filme. Filme, die mit Herzblut, mit Mühe, mit Leidenschaft, Überzeugung, manchmal mit Kalkül und Strategie hergestellt oder sich auch ertrotzt wurden. Große, kleine, laute, zärtliche, verstörende Filme. Filme, deren Themen, deren Formen, deren Qualität uns überrascht, aber manchmal auch enttäuscht haben. Und es geht um die Vielfalt. Eine sehr zuverlässige Konstante in den deutschen Kinos, die Vielfalt. Das Ringen um das Prämieren des besten Filmes der herausragendsten Schauspieler, der eindrucksvollsten Gewerke, das gehört jedes Jahr zu den ausgiebigsten und emotionalsten Diskussionen. Ob sich das jemals ändern wird oder soll oder kann, ich weiß es nicht. Aber wenn wir uns als Gemeinschaft verstehen, mit unterschiedlichen Temperaturen und Bedürfnissen, mit unterschiedlichen Träumen und Anforderungen an uns oder auch an das Publikum, dann haben wir eine gute und dann haben wir auch eine kraftvolle Basis, die von gegenseitigem Respekt zeugen sollte und uns dadurch erst die erwünschte Vielfalt ermöglicht. Von den cineastischen Arthausfilmen bis hin zu den nationalen Erfolgsproduktionen. An dieser Stelle möchte ich, nein, nicht wir, ich bin ja ich alleine. An dieser Stelle möchte ich mich, aber wir uns als Akademie und Macher all denen bedanken, die diesen Abend unterstützt und möglich gemacht haben. Das sind die Hauptsponsoren Volkswagen, Telekom, HTC, Estelaude, Armand de Brignac und das Hotel Concorde. Das ist natürlich unser, ja genau, Applaus. Und das ist natürlich unser Senderpartner, die ARD, für die der RBB die Federführung für die Übertragung übernommen hat. Das sind die Förderinstitutionen FFA und Medienbord Berlin-Brandenburg. Das sind selbstverständlich auch unsere künstlerischen Leiter Florian Gallenberger und Benjamin Herrmann. Die kommen gleich auch noch. Zusammen mit dem Team der DFA Produktion und der Filmakademie. Herzlichen Dank Ihnen allen. So und nun wünsche ich uns allen einen Abend, der uns mit kleinen, großen, verstörenden, zärtlichen, lauten, leisen Momenten verzaubert. Danke. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nun den Staatsminister für Kultur und Medien, Bernd Neumann. Liebe Iris Berben, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, meine Damen und Herren, zuerst einmal herzlich willkommen zur Filmpreisverleihung hier im Friedrichstadt-Palast in Berlin. Was ich über den deutschen Film denke und warum ich mich seit Jahren für ihn engagiere, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Deshalb will ich auch gar kein Loblied auf den guten Filmjahrgang singen, den wir heute feiern, obwohl das durchaus seine Berechtigung hätte. Lassen Sie mich zu anderen aktuellen Punkten kurz Anmerkungen machen. Der Dokumentarfilm erfreut sich seit längerem bei den Kinobesuchern zunehmender Beliebtheit. Die Filme dieses Genres haben, ja, ich gebe Ihnen gleich die Gelegenheit, an der richtigen Stelle nochmal für die Qualität des Dokumentarfilms Beifall zu spenden, Ich wollte gerade sagen, dass die Filme dieses Genres des Dokumentarfilms, ja, sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, ein jüngstes, eine halbe Million Besucher haben allein in Deutschland bislang Wim Wenders Pina gesehen, ein großer Erfolg für einen Dokumentarfilm. Diese erfolgreiche Entwicklung hat uns bewogen, zusätzlich 100.000 Euro für die Nominierung eines dritten Dokumentarfilms zur Verfügung zu stellen, erstmalig für diese Preisverleihung. Liebe Intendanten Dagmar Reim, was mich allerdings erheblich ärgert ist, dass bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten eher das Gegenteil passiert. Applaus Entgegen Ihrem Auftrag, sich insbesondere für Kultur zu engagieren, werden Dokumentarfilme immer weniger unterstützt und Ihre Filme häufig auf unattraktive Sendeplätze in Richtung Mitternacht verbannt. Meine Forderung, lieber eine Talkshow weniger und dafür besser und mehr Kultur. Applaus Applaus Meine Damen und Herren, es soll ja Leute geben, übrigens auch unter den Filmschaffenden selbst, die meinen, dass die Filmbranche zu sehr gehätschelt wird. Es gäbe zu viele Förderprogramme und dann auch noch mit dem Deutschen Filmpreis, den hochdotierten, höchstdotierten Kulturpreis Deutschlands. Erst eine spartanische Lebens- und Produktionsweise, so meint man, würde die Kreativität so richtig anheizen. Dem kann ich nur entgegen, entgegnen. Die allermeisten Filmschaffenden in Deutschland sind nicht auf Rosen gebettet. Festanstellungen zum Beispiel sind in der Branche eher die Ausnahme. Kurzfristige Beschäftigung für viele die Regel. Ich habe mich mit Unterstützung der Abgeordneten, insbesondere im Hinblick auf die Schauspieler, erfolgreich dafür eingesetzt, dass sich bei den Fristen für den Bezug der Arbeitslosenunterstützung eins etwas bewegt, etwas verändert wird. Denn es kann nicht sein, dass ganze Berufsgruppen außen vor stehen, nur aufgrund der besonderen Beschäftigungssituation beim Film. Ein anderes Thema, das uns in der Kultur auf den Nägeln brennt, wie die Welt ihres Verben hat es kurz genannt, ist der Schutz des geistigen Eigentums im Internetzeitalter eine Frage von existenzieller Bedeutung für alle Kulturschaffenden. Insbesondere natürlich auch für den Film. Die Gratis-Mentalität im Internet hat einen hohen Preis und den zahlen allein die Kreativen. Die Schließung von Kino.to war ein wichtiges Signal, aber hier müssen endlich umfassende Lösungen auf den Tisch. Und damit meine ich den sogenannten dritten Korb der Urheberrechtsnovelle, der auf keinen Fall ein Körbchen werden darf. Das Heft des Handelns liegt leider nicht in meiner Hand. Sondern nach wie vor bei der Bundesjustizministerin, entschuldigen Sie, dass ich an dieser Stelle etwas politisch werde. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich weiter dafür kämpfen werde, dass Künstler, Kreative und Filmschaffende zu ihrem Recht kommen. Meine Damen und Herren, wir haben ja anscheinend den sogenannten Kulturinfarkt ganz gut überlebt. Nirgendwo wurde der Rotstift angesetzt und 50 Prozent aller Kultureinrichtungen geschlossen, wie das die vier Autoren dieses kürzlichen Pamphlets forderten. Wenn ich mir überlege, dass davon ja auch im Grunde die Hälfte anderer Kinos betroffen wäre, dann wird deutlich, wie unsinnig diese These war und ist. Die These eben, man solle erst einmal die Hälfte aller Kultureinrichtungen schließen. Denn meine Damen und Herren, wenn kulturelle Einrichtungen geschlossen werden, sind es ja in erster Linie die kleineren, innovativen und die in der Fläche. Und ich möchte keine Kinolandschaft, die nur noch aus großen Multiplexen in den Städten besteht. Ich finde jedes einzelne der 1.600 Kinos in unserem Land, es werden ja eher weniger als mehr, muss uns am Herzen liegen. Deshalb geben wir ja gerade den kleinen Kinos auch einen Zuschuss zur Digitalisierung, für die es, was die zukünftige Entwicklung anbetrifft, keine Alternative gibt. Bezogen auf diesen Kulturinfarkt, dieses Werk, haben sich viele Filmschaffende dem Appell zur Verteidigung der Kultur angeschlossen, den die Akademie der Künste in Berlin initiiert hat und der sich gegen diese Thesen der sogenannten Infarktautoren wendete. Neben der Präsidentin, Iris Berben, sind einige von den Unterzeichnern heute Abend auch als Nominierte anwesend, wie Andreas Dresen, Christian Petzold und Dagmar Manze. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen, die über Ihren Job hinaus sich in diesem Falle kulturpolitisch engagiert haben für die Kultur. Das ist wichtig, dass Sie auch Flagge zeigen. Die Verpflichtung, unser kulturelles Erbe zu bewahren und zu erhalten, betrifft auch den Film. Hierzu ist die Filmwirtschaft wie die Politik gleichermaßen gefordert. Die Bundesregierung fördert schon seit vielen Jahrzehnten zahlreiche Einrichtungen, wie die Stiftung Deutsche Kinemathek, das Deutsche Filminstitut in Frankfurt und das Bundesfilmarchiv, um die Bewahrung unseres Filmerbes sicherzustellen. Damit diese kulturellen Schätze auch im digitalen Zeitalter sichtbar bleiben, haben wir jetzt in einem ersten Schritt der Friedrich-Wilhelm-Mornau-Stiftung, dem Bundesfilmarchiv und der DEFA-Stiftung zusätzliche Mittel bereitgestellt. In diesem Zusammenhang ist eine gute Botschaft zu vermelden, die die Deutsche Kinemathek hier in Berlin betrifft. Sie erhält ein ganz besonderes Geschenk, denn Katja Eichinger, die ich herzlich begrüßen darf, hat sich entschlossen, der Kinemathek das gesamte private Archiv ihres Mannes Bernd Eichinger zu übergeben. Dafür danken wir. Meine Damen und Herren, abschließend mein Dank geht insbesondere an das Präsidium der Deutschen Filmakademie Bruno Gans in Gedanken. Und Ihres Bernd Eichinger, wir danken Ihnen für Ihre ausgesprochen engagierte Arbeit und Ihren leidenschaftlichen Einsatz für den deutschen Film. Und nun, meine Damen und Herren, wünsche ich uns einen spannenden Abend. Bitte begrüßen Sie die beiden künstlerischen Leiter der Filmpreisverleihung, Florian Gallenberger und Benjamin Herrmann. Vielen Dank, einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Normalerweise erwartet Sie ja an dieser Stelle ein Gag-Feuerwerk der Extraklasse seitens unserer Moderatoren. Aber wir haben es ja gerade gesehen, der Staatsminister und die Präsidentin haben den Saal ja schon zum Kochen gebracht. Insofern haben wir in diesem Jahr neue Moderatoren, die wir noch ein bisschen schonen müssen für die Show. Und deshalb kommen wir raus. Ja, und diese Show heute Abend ist ja mittlerweile schon die dritte Show, die Benjamin und ich gemeinsam machen. Und wir haben uns gedacht, drei, das ist eine gute Zahl. Und von daher ist jetzt der Moment für uns, um Danke zu sagen. An erster Stelle natürlich Danke an die Deutsche Filmakademie für das Vertrauen, das sie in uns gesetzt hat und für die Ehre, die es bedeutet, diese wunderbare Gala leiten zu dürfen. Vielen Dank an Christiane Teichgräber, die uns vor drei Jahren das erste Mal angesprochen hat für diese Show. Danke an Anne Lepin und Alfred Hulichhaus und natürlich vor allem unsere Produzentin Claudia Löwe und all die Mitarbeiter. Ja, der Dank ist noch nicht zu Ende. Sie können sich vorstellen, es sind sehr viele Menschen, die an dieser Show arbeiten. Ich kann natürlich bei Weitem nicht alle erwähnen, aber ein paar Namen möchte ich doch nennen. Herzlichen Dank an Utz Weber, an Marion Gädicke, an Jürgen Hassler, an Arndt von Rabenau und an Tobias Grämer und seine wunderbare Big Band. Applaus An unsere Autoren, Johanna Adoyan und Christoph Manschreck und in diesem Jahr ganz besonders auch an Bora Daktekin. Wir wollen uns auch bedanken bei der Moderatorin der letzten Jahre, Barbara Schöneberger und natürlich bei unseren wunderbaren Gastgebern für heute Abend, Jessica Schwarz und Elias Mbarek. Applaus Und wo wir schon beim Danken sind, in jedem Jahr wird ja in zahlreichen Reden hier auf der Bühne den immer gleichen gedankt. Natürlich, denn es sind ja meist die gleichen, die unsere Filme finanzieren, aber damit Sie nachher hier auf der Bühne nicht Ihre wertvolle Redezeit vergeuden müssen, wollen wir Ihnen helfen, wollen wir Ihnen diese Aufgabe abnehmen und möchten nun einmal pauschal all denjenigen danken, die unsere Filme ermöglichen. Schauen wir. Wir möchten uns aber auch nicht nur bei den Leuten bedanken, die das Geld ausgegeben haben, sondern auch, die uns unterstützt haben. Es sind die vielen F's. FFF FFA DFFF Filmfernseh-V-Bayer Kuratorium über Deutscher Film Mit dem Wort Berlin-Brandenburg Filmstiftung NRW Bayerischen Rundfunk BKM BDR NDR BDA ZDF RBB Arte Ich bedacke mich bei den Geldgebern. Die Filmmirtschaft braucht sie. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen, diesen Film hinzubekommen. Applaus Ja, der Dank ist nicht nur eine schöne Pflicht, sondern wenn er vom Herzen kommt, etwas ganz Wunderbares, etwas Packendes, Bewegendes, Mitreißendes. Gucken Sie noch mal. Ich bin einfach glücklich und ich sage Danke. Also Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Thank you. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte mich natürlich bei den Menschen bedanken, die das erst möglich gemacht haben. Danke, liebe Akademie. Ihr seid ja toll. Wer hat mir das eingebrockt? Es war ein scharfer Ritt. Ich bin sehr berührt. Uff. Ja, wollt ihr was sagen? Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überfordert. Oh mein Gott. Ich möchte mich bedanken. Vielen Dank. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Danke euch allen so sehr. Und ihr passt so gut zu meinem Kleid. Wir sagen Kuka Rudelik. Ungui Digas. En questo momento così emotionale. Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Wir bedanken uns. Ähm, ja. Ich bedanke mich bei der Akademie. Danke für die Chance. Vielen Dank an meine Eltern. Ich möchte mich bei meiner Schule bedanken. Dann will ich sie den Bergführern danken. Vielen Dank, Rudi Völler. Ich danke im Namen aller Kinder dieser Erde. Schick die Henne. Ich danke euch. So, nun wollen wir aber loslegen mit dem wahrscheinlich heißesten Moderatoren-Duo, das der Deutsche Filmpreis je hatte. Und wir sind besonders stolz, dass Jessica und Elias als Akademiemitglieder aus unserer Mitte kommen. Insofern bitte ich Sie, den beiden gleich in ein paar Sekunden einen wirklich stürmischen Empfang zu bereiten. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie haben einen mitreißenden und hinreißenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.